Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher Wild Hunt. Womit fangen wir an? Eskel? Gabelschwänze? Nein. Yen? Genau. Und ich glaube, die ist am nächsten dran, deswegen wollte ich auch damit anfangen. Das wird... Nee, tatsächlich. Das hier ist Yen. Und der hier ist... Gabelschwanz. Dein Ernst? Achso, da sollen wir hier... Das ist das also. Denn wenn wir das hier essen, Lambert, oder? Zack, Lambert. Er ist am nächsten dran. Uma ist hier auf jeden Fall sicher. Dann können wir ihn auch da stehen lassen und einfach losrennen. Wir waren lange nicht mehr hier. Sehr lange. Eigentlich immer wieder schön, ne? Allein die Mauern sehen schon echt toll aus. Aber wir sind falsch gelaufen. Na komm. Genau. Endlich sind wir drin. Im Innenhof. Haben wir hier trainiert? Nee. Hier war das nicht. Aber hier sind wir über die Mauern gelaufen. Und da oben... Stand Serion hat trainiert. Lambert, bist du eigentlich gut, auf uns zu sprechen? Ich geht. Läuft schon wieder aus. Verdammt. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein. Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Philakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja. Hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Weißt du was? Ist egal. Ich will mich nicht streiten. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Die Monstrosität wartet. Lambert. Oh, Entschuldigung. Die eventuelle Cirilla. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Ich denke, du bist so ein Imbad-Tut. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten Weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Das Philakterium, was wir hier angegeben haben. Jetzt haben wir es doch wieder. Komm. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Wir phylaktieren. Wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähen wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Ja. Der alte Mann findet das nicht witzig. Kann ich mir vorstellen. Und, Lambert? Wir müssen zusammen laufen können, aber schnacken. Warst du nochmal bei dem anderen Hexer da? Savollas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört es aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gerauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Wieso ist sowas los? Das ist Kehrmoham. Das ist unsere Schule. Wieso so gehässig? Guck mal. Bau die Mauer wieder auf und geh außen rum. Schwimmen wir über den Teich? Nein. Ich habe hier ein Boot verteilt. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Das ist super. Ich meine, so geht es schnell mit dem Angeln. Oder Fischen. Angeln ist es daher nicht. Aber okay, lass mal machen. Tatsächlich. Er hat mir dich in Lobby gerade mit dem einen Zwerg geschnackt. Und da haben wir gesagt, wir benutzen Bomben, oder? Also war es noch nicht mal gelogen. Harpchen? Wir sind hier in Kehrmoham. Das ist ein sicheres Gebiet. Ach Mist. Eigentlich folge ich die Druckwelle der Telekinese. Ja, ist natürlich noch nicht aufgeladen. Hier, zack. Zack. Oh cool, noch mal erwischt. Lambert, du kriegst natürlich wieder nichts hin. Das war mir sehr klar. Na Lambert, was hast du geleistet bis jetzt? Na, ich habe drum rumgestanden. Nein, da hinten ist sie. Nein, du darfst dich nicht erwischen lassen. Lambert, du bist echt eine Hilfe. Gottesgleichen. Respekt. Steck doch einfach mal hier dein Schwert da rein. Wir hatten alle drei. Ah Lambert, ey. Du bist so eine Flitzpiegel. Sind da noch mehr? Ach nee, steckst du nicht. Das sind keine Tricks. Das ist ein ganz normales Kämpfen. Ähm. Neidisch. Lambert. Oh, Rehaut. Ich habe das Reh nicht getötet. Also, keine Gefahr, dass auf einmal irgendein großes Monster spawnt, was uns den Tag vermiesen will. So Lambert. Kommst du mit Wesimir wieder besser klar? Scheint so. Der alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Okay. Neue Markierung. Hütte am See. Er, Boot, Bude am See. Hab's genau hier verteut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist. In diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor fünf Tagen. Mhm. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Ja, Lambert, bist du beeindruckt? Sowas hab ich nämlich drauf. Und da ist es auch aber im... Nicht sehr guten Zustand. Was ist hier denn? Moin. In Camp Warham haben die ja eigentlich alle nicht viel Geld, weil das sind ja alles Hexer. Ja, also... Ähm... Dürfte hier eigentlich auch nichts rumliegen. Das haben wir mir schon selber schon zum Gold gemacht. Was denn jetzt? Erscheinung hier? Oder was? Hat sich ja angehört wie Erscheinung, oder? Oder vielleicht hat sich das auch angehört wie Ertrunken. Kommt alle her, meine Süßen. Lambert hat sowieso keine Zeit für euch. Aber Papa ist ja da. So. Kommt ihr bestimmt auch... Kommt ihr auch noch? Wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Wir müssen heute noch einen Tod finden. Wollt ihr Hexensteak? Hexersteak? Das geht. Oh Gott. Es tut mir auch sehr leid, dass ich einen Arm abgemacht habe. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ein Wasser was? Sumpfschrulle, oder was steht da? Da steht tatsächlich Sumpfschrulle, oder? Hallo, Sumpfschrullina. Es tut mir leid, aber ich hab keine Zeit. Ja, Lambert, wozu ziehst du dein Schwert überhaupt erst raus? Der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen, und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur zwei Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wese mir fragen. Habe ich mehrmals. Glaub mir. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Da habe ich noch nicht was gegen. So, können wir... Zack. Rüberkacheln. Auf, auf. Los. Na los. Wie soll ich mich jetzt hier hinsetzen? Ah, sag das doch. Na los. Super machst du das, Lambert. Super. Ähm, kannst du... Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heu nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Jetzt ist es auch noch echt langsam. Worausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Ach komm. Shifte doch mal. Nein. Weiter, Geralt. Das war gut. Also, guter Anfang zumindest. Baute ein Boot. Wasser Marsch. Also, innen drin. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Okay. Aber wenn er es dann besser macht... Fast da. Super. Die letzte Prüfung. Quest aktualisiert. Vielleicht hätten wir Hexersen anmachen sollen. Vielleicht hätten wir auf dem Grund des Sees das gefunden. Jetzt ist es zu spät. Bereit für die Höhlen? Fast. Die ganze Zeit schon. Aber bevor wir reingehen, erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Ähm. Ist sie immer noch hier? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht ihr heim? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Was geht jetzt denn? Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Wir sollten nachsehen, sicherheitshalber. Du hast bestimmt recht, gehen wir zur Höhle. Natürlich müssen wir nachsehen. Sicherheitshalber. Aber ich glaube auch, dass die Täuschung ist. Weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Sieh nach, wo die Stimme des Jungen herkommt. Ach, ein Junge sollte das sein. Ähm, ich bin mir natürlich auch fast sicher, dass es eine Täuschung ist. Aber wir gucken trotzdem nach. Was ist hier tatsächlich ein Junge? Hey, kleiner Mann. Keine Angst. Ein Geist. Du bist in Sicherheit. Nein, nein. Eine Erinnerung. Eine Täuschung. Schön, du hast recht gehabt. So, so. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Stehst einfach hinter uns. Hast aber gewartet, bis wir das Gespräch beendet haben. Das fand ich ziemlich... Also Respekt. Du hast mehr Manieren als Jennifer. So, Lambert. Was hast du mit deinem gemacht? Wo ist er denn? So, 3 zu 0. Geh rein. Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Können wir machen? Rittersporn sollte besser über Lambert, den klugscheißenden Hexer singen. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier? Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Wie gesagt, ich war mir eigentlich auch sicher, dass es eine Täuschung ist, aber... Du siehst doch mal so, Lambert. Drei Neblinge weniger. Die irgendeinem anderen, der hierher kommt, um vielleicht nochmal so eine Prüfung anzuschließen, auf jeden Fall nicht mehr schaden können, oder? Gehen wir also in die Höhle. Wenn du keine Angst hast, Lambert. Okay, er kommt ganz langsam. Natürlich will er, dass wir vorgehen. Ach, ein Schlückchen Katze. Vielleicht ist das sogar echt eine gute Idee. Andere Gegenstände, nützliches. Natürlich weiß ich nicht, wie Katze aussieht. Das ist also verbesserte Schweibe, verbessertes schwarzes Blut, Waldkauz. Donner, absurd, goldener Pirol, Katze. Das ist doch denn das Richtige. Und zwar, zack. Black and White, Monochrom, Sicht aktiviert. Äh, ich soll also wieder raus? Nee. Zumindest sehen wir gut. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wese mir. Bereit? Du Fettwannst. Danke. Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Ich wollte gerade sagen, und ich habe mich nicht beschwert. Schön, dass im Video Farbe ist und jetzt wieder schwarz-weiß. Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich. Bin bloß ausgerutscht. Tatsächlich ist hier noch ein Schwert, ein Relikt. Wie kann das sein? Normal müsste hier doch alles Legebländer sein. Weil wie viele Hexer waren schon hier? Art vielleicht, sagst du? Ist sowieso mein Lieblings-Skill hier. Dein Ernst, Lambert? Und jetzt springst du hier wieder runter, obwohl du hättest... Okay. Sie geben das Seine. Da kannst du übrigens auch hochklettern und darüber gehen. Was? Ich habe was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Wollen wir da mal gucken, ob da irgendwas liegt? Da können wir das auch wieder aufmachen. Lambert bevorzugt natürlich das Hochklettern. Das kennen wir ja schon. Ach, hier ist diese Brücke, wo wir da rüber können. Okay. Ähm, ich will eigentlich nur wissen, ob hier Kisten sind. Ne, ein Rundgang also nur. Dann bringt uns das nicht wirklich weiter. Da kann man weiter, da kann man weiter. Es gibt viele Wege hier. Eigentlich müssten wir alle absuchen. Damit wir wirklich sicher gehen, dass hier nicht auf einmal noch eine Kiste steht. Was war das? Puh, hier stinkt's nach Mode. Was hast du erwartet? Pfeilchenduft? Das wär mal was. Und in der nächsten Folge sehen wir, was dahinter ist. Oder sehen wir es jetzt schon? Ich wusste, dass wir nicht weitergehen dürfen. Da ist das viel. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Genau. Und damit er nie aufhört, machen wir erst morgen weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao.